Winterliches Wetter, das werden die kältesten Tage in diesem Herbst erwartet. Die im Norden lebenden Taiwaner bekommen in den nächsten zwei Tagen die Macht des unbeliebten Nordost-Monsons zu spüren. Dieser wird die Quecksilbersäule nicht über 14 oder 15 Grad steigen lassen. Etwas besser, zumindest trocken, ist es dann in Zentral-Taiwan heute Nacht mit Tiefswerten von etwa 16 Grad. Angenehmer der Süden bei trockenen 17 bis 19 Grad Celsius. Die Kaltfront ist aber etwas hartnäckiger und wird sich bis Samstag halten und auch dann ist die Erholung nur sehr kurzfristig. Spätestens zum Wochenanfang zieht die nächste Kaltfront Richtung Taiwan. Kurzum die beste Zeit, einen Platz im Hotpot-Restaurant zu buchen.